Seid ihr herzlich willkommen! Eine Liebesorakel Auf diesem Bild sehen wir hier ein Liebespaar. Diese Dame symbolisiert dich, wenn du eine Frau bist und dieser Mann symbolisiert deinen Partner oder die Männer. Erstmal schauen wir an deinen Gefühlen und seinen Gefühlen. Deinen Gefühlen zeigt hier die Sonne. Du hast gerade diese sonnigen Gemüt, die tolle Ausstrahlung. Andere Menschen nehmen dich auch wahr. Einige Dinge werden jetzt sichtbar sein in deinem Leben und das fühlst du auch. Außerdem bedeutet die Sonne, du möchtest ihn sehen, weil die Sonne beleuchtet ihn, macht ihn auch sichtbar. Seinen Gefühlen Dieser Park symbolisiert die Öffentlichkeit, Ansehen, Anerkennung. Das ist sein großer Wunsch, Anerkennung zu bekommen, auch in der Gesellschaft. Was dieser Park hier bedeuten kann, er möchte dich sehen in der Öffentlichkeit. Oder er fühlt, ihr werdet euch begegnen in der Öffentlichkeit. Seinen Gedanken Dieser Anker bedeutet mehr Stabilität in der Beziehung. Er denkt, es ist wichtig, endlich Angekommene zu sein, verankert zu sein. Dieser Anker symbolisiert oft auch Beruf, Berufung. Und da wünscht er auch mehr Stabilität und Anerkennung. Deinen Gedanken sehen wir hier. Die Fischen symbolisieren die Finanzen. Indirekt, Beruf, Berufung. Das sind auch Themen, was dich auch beschäftigt. In der Liebepartnerschaft bedeuten hier die Fischen die Werten und Wertschätzung. Dieser Mann ist für dich wertvoll und du möchtest auch Wertschätzung bekommen. Welche Einflüsse hast du von außen? Dieser Ring kann Verbindungen sein, Verträgen bedeuten und etwas Wiederkehrendes. Und das heißt, jemand denkt an dich und kehrt wieder zurück von Vergangenheit. Sucht die Kontakt zu dir. Welche Einflüsse hat er von außen? Die Mäuse erscheinen hier und dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Er lässt es gar nicht zu, dass jemand einen Einfluss hat auf sein Leben. Was wird er tun in deiner Richtung? Er kommt ins Bewegung. Er besucht dich. Er nähert sich zu dir. Kann auch bedeuten, er möchte mit dir verreisen oder er möchte Veränderung in die Beziehung. Bewegt sich einiges. Und er bewegt sich in deiner Richtung. Was sollst du tun, was ist wichtig für dich in die nächste Zeit? Dieser Schlüssel in Hand zu nehmen. Handeln. Selbst sicher sein. Bestimmte Dinge abschließen. Und offen zu sein für diese Liebe. In diesem Park gibt hier ein Brunnen und zeigt eine Richtung und das ist die Zukunft. Welche Zukunft erwartet euch? Die Störchen zeigen Veränderungen, oft auch Umzug. Allerdings kann auch Schwangerschaft auch andeuten. Und das war dieser Liebesorakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera